So, ja und jetzt willkommen zum frischen Videomodul Enterprise Transformation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter im Zuge der Digitalisierung mit dem Wandel der Geschäftsmodelle. Im letzten Video haben wir uns den Wandel der Produkte angesehen. Die entsprechenden Videos findet ihr in der Playlist Enterprise Transformation. Also, wieder ein Lückentext, Wandel der Geschäftsmodelle, und zwar drei Pakete, die wir hier besprechen werden. Zum Ersten geht es einfach darum, wir haben erst ein industrielles Geschäftsmodell und der Wandel findet statt, indem wir aus diesem industriellen Geschäftsmodell ein digitales Geschäftsmodell schaffen. Also, Paket 1 von physischen Standorten als industrielles Geschäftsmodell hin zu On-Demand als digitales Geschäftsmodell. Also schreiben wir hin zu On-Demand. Dann der nächste Punkt, und zwar von analogen Produkten und Diensten als industrielles Geschäftsmodell zu digitalen Produkten und Diensten als digitales Geschäftsmodell. Also, zu digitalen Produkten und Diensten als digitales Geschäftsmodell. Und der letzte Punkt, damit schließen wir auch schon ab, von langen Produktentwicklungs- und Lebenszyklen als industrielles Geschäftsmodell zu kurzen Entwicklungszyklen und kontinuierlichen Weiterentwicklungen als digitales Geschäftsmodell. Das notieren wir kurzerhand zu kurzen Entwicklungszyklen und kontinuierlichen Weiterentwicklungen und kontinuierlichen Weiterentwicklungen als digitales Geschäftsmodell. Packt euch die drei Punkte auf ein Karteikärtchen drauf und lernt das entsprechend. Genauso das, was wir aus dem letzten Video gelernt haben, nämlich dem Wandel der Produkte im Zuge der Digitalisierung. Und im nächsten Video werfen wir einen Blick auf die Prozesse. Und damit haben wir dann, ja, dem Wandel der Digitalisierung soweit abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal und bye. Bye.